Schlechte Nachrichten genießen mit Abstand den höchsten Aufmerksamkeitswert. Sie können das Image eines Unternehmens nachhaltig schädigen oder sogar ruinieren. Unvorbereitet unterschätzen viele Firmeninhaber, Geschäftsführer oder Pressesprecher den Zündstoff harmlos klingender Fragen von Journalisten. Sie demonstrieren unbewusst eine aggressive Körpersprache oder geben kaltherzig Statements ab, die sie später bereuen. Dabei können auch negative Schlagzeilen durchaus positive Aspekte haben. Und zwar genau dann, wenn der Umgang mit der entsprechenden oder einer ähnlichen Krise vorher trainiert wurde. Präventive Krisenkommunikation, das Trainieren von Worst-Case-Szenarien und der souveräne Umgang mit den Medien sind von größter Wichtigkeit, um spätere Imageverluste einzugrenzen oder noch besser auszuschließen. Wir bereiten Sie darauf vor, dass Ihre Kommunikation im Ernstfall überzeugt und Ihr guter Ruf keinen Schaden nimmt.